Startschuss zur neuen Whisky-Rundreise und zwar bei Glenn Dronach. Ich habe hier gleich den 12-Jährigen im Doppelpack stehen, denn er ist sozusagen Dreh- und Angelpunkt für die nächsten Tastings, die ich so vorhabe, in einer Auflage von 2022 kühl gefiltert und in einer Auflage von 2015 nicht kühl gefiltert. Mal schauen, wo das Ganze endet. Wir starten auf jeden Fall mit einem Blind-Tasting. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turntable. Diese Rundreise wollte ich schon echt lange machen, aber sie wird etwas umfangreicher und so brauchte ich ein wenig Vorlauf. Ich werde auch noch jüngere Glenn Dronachs als den 12-Jährigen hier probieren, Aber wie ich schon im Intro sagte, hier startet es in meiner Whisky-Welt mit dem 12er. Und um da einfach auch mal abzuklären, ist heute wirklich alles schlechter? War unter Billy Walker alles besser? Dachte ich, ist das ein ganz schöner Vergleich. Dieser 2015er muss kurz nach der Wiedereröffnung produziert worden sein. Also, ja, was heißt also, ich denke, dass ich beim 15er, 18er, 21er auch, oder was heißt denke, da werden wir auch in die Zeit von vor der Schließung gehen und mit aktuellen Abfüllungen vergleichen. Mal schauen, ob wir wieder ein Blind-Tasting machen. Ich bin gespannt. Meine Frau hat mal wieder die Gläser vorbereitet. Sie stehen jetzt hier zufällig. Ich kann sie auch drehen nach Lust und Laune. Das hat jetzt hier mit den Pullen nichts zu tun. Ich hole sie mal raus. Die Dose hat sich optisch nicht verändert. Außer eben dieser kleine Spruch, der jetzt hier fehlt. Aber ich blende euch es nochmal ein. Hier steht eben nur nicht gefärbt. Und bei der alten Flasche steht eben auch nicht kühl gefiltert. Hinten der Text ist etwas anders. Und die Tasting Notes haben sie minimal geändert, beziehungsweise gekürzt. Aber ansonsten soll er also gleich schmecken, laut den Notes. Ich konnte sofort sehen, beim Fotografieren der Flaschen, eben für die Einblendungen, dass die neue Abfüllung heller ist. Also mussten die blauen Gläser daher. Und ja, wie gesagt, sie sind immer eng zugeschnürt. Dadurch sind die Aromen immer sehr intensiv, finde ich auf jeden Fall. Mal schauen, wie das hier so ausfällt. Auf den Etiketten hier kann man es fast nur auseinanderhalten. Ihr seht sie ja gleich auch nochmal in groß durch die europäische Anschrift, die ich jetzt beim, genau bei der 2022er Auflage drauf habe. So, mal kurz hier in Szene setzen. Steht bestimmt sowieso schief. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ja, was gibt es zu erzählen? Nicht gefärbt sind sie immer noch. Ich blende mal die Farbe ein, von der ich eben geredet habe. Ich möchte das gar nicht jetzt so als den Wettkampf der Brennmeister hinstellen. Denn, oder Master Distiller, Entschuldigung, wie sie sich auch immer schimpfen. Ich habe sie jetzt nur ins Intro, in mein Thumbnail mit aufgenommen, weil man sonst kaum Unterschiede der Flaschen sieht. Die Frage ist ja, kann die gute Rachel einfach, ich gehe jetzt einfach nur von der Farbe aus, macht sie es bewusst und sagt, Mensch, ich möchte gar nicht so viel frische Fässer da drin haben, erstbefüllte, zweitbefüllte, oder handelt sie sozusagen aus der Not raus? Sind für mich zwei komplett unterschiedliche Schuhe, weil wenn ich etwas aus der Not heraus mache, muss da durch nichts Schlechtes unbedingt rauskommen. Aber ich denke, wenn man es nicht aus der Not macht, sondern aus Überzeugung oder da irgendwie eine Idee hat, sehr wahrscheinlich würde mich das Ergebnis mehr überzeugen. So, ihr seht sogar, ich meine, das kann ich auch sehen. Hier habe ich den grünen. Wir fangen einfach mal an. Ich werde auch den Zehnjährigen probieren, den aus dem Reisebedarf. Und deshalb möchte ich auch mit dem Zwölfer anfangen. Der Zehnjährige hat auch 43 Volumenprozente. Ich habe mir zum Beispiel auch noch, oder ich habe noch diesen Achtjährigen auch hier rumstehen. Ich weiß, den haben sie im Prinzip schon wieder aus dem Programm genommen. Der hat dann 46 Volumenprozente. Aber um das einfach mal abzuklären, ob das würdige Alternativen zum Zwölfer sind, denn sie kosten in etwa dasselbe, muss ich hier eben erstmal eine Ausgangsbasis schaffen. Und damit das nicht so langweilig ist und ich nur die aktuelle Abfüllung habe und dann irgendwie so sage, früher kam er mir aber, ich sage jetzt bewusst anders vor, ich möchte ja gar nicht sagen, besser oder schlechter. Ja, wann habe ich das letzte Mal getrunken? Gute Frage. Ich weiß das nicht. Vielleicht in einem Video nochmal herangezogen. Also es ist schon lange, lange her, auch privat. Würziges, europäisches Holz mit Sherry-Untermalung. Ganz klar zu erkennen. Orange. Ja, ich wollte nur sagen, eine frische Zitrusnote habe ich bei einer Orange ja auch. Ich nehme nochmal kurz die Pulle. Wir haben ja hier Ollo Rosso und PX. Also ein Wetting aus beiden. So wie sie es liest, eben kein Finish oder dergleichen. Gab es bei Glendronach ja auch diverse Gerüchte über all die Jahre. So. Hat jetzt nicht so eine Mörder-Totschlag-Eiche, die man eben von zu intensiv befüllten Fässern kennt. Oder wie ich es sonst manchmal ausdrücke, die zu kurzem Kontakt mit dem Sherry hatten und so noch zu viele starke, praktisch virgin europäische Eichen-Tannine haben. Mein Gott, was für ein Satz. Er riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also, diese Sherry-Note ist unverkennbar. Es ist so leicht Lebkuchen, leicht Kandis-Zucker. Lebkuchengewürz. Und dann kommt diese Orange dazu. Ich hatte einen vorab Whisky. Aber ja gut, er bündelt hier auch ganz gut. Also, hatte ich jetzt etwas zu viel in der Nase. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass er jugendlich rüberkommt. Er kommt schön. Ganz schön angenehm rüber. Ich gebe jetzt erstmal bewusst noch keinen Tipp ab. Ich hatte so lange keinen Zwölfer mehr. Wenn mir jetzt einer sagt, das ist ein Glendronach 12 und ich wüsste es vorher nicht, würde ich sagen, ja, okay. Ich habe von dem Zwölfer mal eine Flasche, auch so aus diesem Bereich, irgendwie kurz nach der Wiedereröffnung müsste der gebrannt worden sein, beim Barfach gehabt. Da habe ich aber einen Großteil davon immer in meinen Whisky-Vanillepudding gehauen, weil es eine super coole Untermalung war. Und den habe ich weniger getrunken. Aber ich fand ihn generell wirklich, oder finden ja viele eigentlich, dass der Glendronach 12 auch von der Preis-Leistung her einfach ein Top-Cherry-Whisky ist. Dann gehen wir ja im Rot. Ich drücke es erstmal vorsichtig aus. Intensiver. Ich habe diese Orange, ja. Ich habe aber auch rote Früchte. Ich habe eine. Bei mir wird das immer schnell zu einer klassischen Kirsche. Mit einer schönen Süßen. Könnte man aber auch noch Marzipan und Zartbitter mit unterbringen. Oder diese komischen Gelee-Orangen-Plätzchen, die so Schoko-Überzug haben. Oder ein Plätzchen ist da, glaube ich, gar nicht mit drin. Die mag ich zwar nicht, aber daran erinnert es mich. Im Positiven. Weil ich eben diese dunklere europäische Holznote dabei habe, die so etwas wie die Zartbitter drumherum fungiert, agiert. Ja, ich mache jetzt kein Hehl raus. Ihr werdet es auch denken. Also für mich spricht gerade alles für Rot, für den Älteren, da ich einfach die Pullen nebeneinander gehalten habe und weiß, dass diese dunkler ist. Farbe kann täuschen, wie ich gerade schon sagte, weil bei so dunklen, jungen Einzelfassabfüllungen, die haben mich schon in der Vergangenheit oft verwirrt. Aber hier kommt es rund rüber. Hier kommt es nicht zu intensiv eichentanninig vor zu, wie ich das vorhin sagte, wie wenn man so ein virgin europäisches Eichenfass, spanisches Eichenfass nehmen würde. Sondern das hier ist rund, intensiv ja, aber an keiner Stelle übertrieben. Ich meine, der Zwölfer ist ein Standard. Wie gesagt, diese Gläser schnüren extrem zu. Aber ich habe keine anderen fürs Blindtasting. Es gibt ja diese Glen Kirin Gläser auch in farbig. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich die wirklich brauche. Oder was heißt brauche? Ich glaube, die sind auch wirklich sehr, sehr teuer. Ja, süße Kirsche, leichter Hauch von Honig. Ich möchte jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich möchte auch gar nicht so lang ziehen, weil ich den gleich noch normal probieren will. Ich probiere ihn jetzt mal und ich fange da an, weil ich denke, dass er etwas leichter daherkommt. So. Ich möchte mich kurz von der Nase auch nochmal drauf ein Eichen. Oh, jetzt habe ich ja so leichte Anklänge von einem Apfel. Wirklich. Diese orangige, frische Zitrusnote. Mit einem malzigen Körper. Irgendwie so, also denkt jetzt nicht an einen frischen Apfel, sondern eher an so eine Art Apfelkuchen mit Streuseln. Und man hat dann so ein bisschen dieses Apfelaroma da drin. Wir nehmen ihn mal. Das ist der erste, wir kennen das. Aber relativ viele Holzwürze. Die Fruchtnote muss ich gleich nochmal erkunden. Der PX steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund, was mir ganz gut gefällt. Ich mag den als Untermalung bei so einem Betting ja. Aber tonangebend muss nicht sein. Nussige Aromen, ja, vom Oloroso-Fass. Stimme ich hier komplett zu. Hatte ich jetzt in der Nase gar nicht. Oder was heißt, stimme ich komplett zu. Meine ich zu schmecken auf den Gaumen? War holzlastiger. Ja, wir gucken nochmal. Nehmen wir nochmal. Also das Ganze ist wirklich ganz angenehm. Ich sag gleich nochmal was beim nächsten Schluck. Nach dem nächsten Schluck. Er erinnert mich an Refill-Sherryfässer. Und dann komme ich eben wieder auf die Farbe, weil Refill-Abfüllungen sind in der Regel heller. Ihr kennt die Brennerei, die für Refill bekannt ist, die ich sehr wahrscheinlich am meisten in meinen Videos getrunken habe. Glen Farkless. Ich möchte nicht sagen, dass er wie ein Glen Farkless spricht, aber diese Fasscharakteristik erinnert mich daran. Und ich mag die generell. Von der Fruchtseite könnte er eben ein bisschen mehr sein. Er ist eben sehr holzlastig, aber das passiert eben bei Glen Farkless auch schnell. Ich habe dann manche Brennerei-Töne da noch drin. Wie ich jetzt gerade sagte, Citrus-Note und dann irgendwie, wo ich noch so einen Apfel unterbringen könnte. Ja, ich sagte auch Orange. Also das ist da ja fließend vom Citrus-Einfluss her, aber ich habe hier keine roten Beeren oder sowas. Ja, ich habe hier so einen Lebkuchen-Eindruck. Ja, wir stellen zur Seite, ich würde es ja kurz machen, auch wenn das gar nicht klappt. Ich spüle jetzt nicht. Ich spüle. Soll ja irgendwie nicht, dass ihr mir sagt, ich hätte das so nicht machen können. Ganz rauskriege ich es jetzt eh nicht. Ja. Ja. Er kommt mir älter vor. Theoretisch gäbe es jetzt diese Möglichkeit, aber das möchte ich ausschließen. Also das meine ich damit nicht. Ich möchte es nicht darauf anspielen, da er so kurz nach der Wiedereröffnung produziert wurde. Oder vom Datum her produziert sein müsste. Man muss ja nur das jüngste Fass angeben oder das jüngste Alter. Deshalb theoretisch wäre ja auch ein Wetting möglich. Möchte ich auch alles gar nicht ausschließen. Aber, wie ich das schon oft gesagt habe, intensive Sherry-Fässer schaffen es bei mir, bei meinem Gaumen, mir oft ein höheres Alter vorzugaukeln. Obwohl ich das jetzt eher dann von so einstelligen Altersangaben kenne, von gar keinen Altersangaben. Das hier ist ja wenigstens zwölf Jahre alt. Und das hat diesen kleinen Unterschied. Es hat von der Holzcharakteristik, könnte man fast sagen, es könnte theoretisch etwas langweiliger sein. Es ist aber mehr auf dieser oder auch nussige Töne. Und dann Zartbitterschokolade. So das, was viele eben mögen. Und dann untermalt mit roten, sherry-lastigen Früchten. Auch so leicht trockenfrüchte-mäßig. Das, was er hier gar nicht so schafft. Einmal sollte man Mold wirklich einschnüren. Also ich bin gleich auf die großen Gläser gespannt. Und ich hatte damals, hatte ich ja schon immer, wenn ich diese blauen hatte, hatte ich ja nur meine anderen. Die waren nur minimal breiter. Und schon hatten die eine ganz andere Charakteristik. Klar, über Gläser können wir lange streiten. Mir wurde auch schon gesagt, Mensch, aus deinen Gläsern, die du da nutzt, darfst du eigentlich nur Fassstärken probieren. Und nicht 43 Volumenprozente oder Trinkstärken. Aber ich muss ja irgendwo... Also ich finde es schön für mich, wenn ich eine gleiche Ausgangsbasis habe, um dann untereinander vergleichen zu können. Als wenn ich dann wiederum sage, ja, da hatte ich aber meinen Superschnüffler. Und dann hatte ich das andere, hatte ich im Tumbler mit Eiswürfeln. Nee, deshalb benutze ich dann... Also nicht, dass ich mein Glas nicht nochmal wechseln würde, möchte ich ja gar nicht abstreiten. Aber dann würde ich es durchgehend benutzen, um vergleichbare Aussagen zu treffen. Und nicht so, oh, der ist aber viel intensiver. Und im Nachhinein denke ich dann auch nochmal, gut, du hast jetzt auch ein anderes Glas benutzt. Wie weit spielt das wieder rein? Auf jeden Fall hier durch dieses Glas kommt er sehr alt rüber. Blindtasting würde ich wirklich jetzt sagen, so 15 Jahre. Aber sehr Sherry-lastig, also sehr, sehr ansprechend, wenn man auf Sherry steht. Er liegt ruhiger im Mund. Die Würze ist intensiver, baut sich aber langsamer auf. Also ein viel längerer Spannungsbogen in der Würze, der durch diesen langsamen Aufbau aber irgendwie gefälliger wirkt. Er ist jetzt nicht irgendwie rau und wild und irgendwie zu viel Eiche, nicht falsch verstehen. Aber das hier ist für mich der Alte, der jetzt zufällig auch beim Alten steht. Ich muss das echt da gucken, man merkt kaum Unterschied. 15, jawohl. Ich habe die Dosen weggetan. Wir lösen jetzt einfach und machen dann weiter, wenn das nicht passt. Aber das muss passen, jetzt ganz im Ernst. Entschuldigung, das findet jeder raus. Der ein paar Whiskys getrunken hat und wenn er es nicht rausfindet, ist das jetzt auch kein Drama. Aber für mich ist das heute total eindeutig. Ich habe mich dabei auch schon geirrt. 2015 ist der Rote. Fand ich diesmal sehr eindeutig. Also ich habe schon lange keins mehr gemacht. Ich habe mich früher damit schwerer getan. Und das kommt, glaube ich, jetzt nicht dadurch, dass ich irgendwie so viel... Ich habe auf jeden Fall mehr Whisky-Erfahrung, würde ich nicht abstreiten. Aber das macht es nicht. Diese Molds sind sehr weit geschmacklich auseinander, wenn man in der Welt der Sherry-lastigen Whiskys bleibt, um es so auszudrücken. Klar, haben sie beide Sherry-Einfluss. Ihnen habe ich ganz klar einen Sherry-Einfluss sofort von Anfang an verstückelt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, boah, da kommt ja nur noch Holz raus. Aber er hat eben diese Tendenz dahin. Und ich habe, wie gesagt, hier, ich habe mir extra hier einen Zettel hingelegt. 2022. Ach ja, hatte ich ja da auch. Quatsch eben. So, hier habe ich mein Glas mit dem 22er. Und hier habe ich mein Glas mit dem 2015er. Ich weiß, man kann das Ganze immer weiterspinnen und wäre ja cool gewesen, noch eine Vorderschließung gehabt zu haben. Aber mir geht es ja auch so ein wenig um die aktuelle Abfüllung beurteilen zu können und nicht nur immer in dieser Nebelwolke. Wie gesagt, früher war alles besser rumzustochern und es nur zu behaupten. Ich behaupte es jetzt ja gerade so annähernd auch. Also, ihr merkt ja, er hat mir irgendwie besser gefallen. Der alte, jetzt bin ich mal gespannt. Erst mal ein bisschen Oberfläche hier schaffen. So. Ist schon deutlich dezenter. Jetzt ist ja die Frage, muss ich mir einen 18-jährigen Glendronner holen, wenn ich vielleicht einen intensiveren Sherry-Eindruck alleine schon durch ein engeres Glas hinbekomme? Also, da könnte man jetzt auch wieder ein Fass aufmachen. Hier ist er schon deutlich zurückhaltender. Aber ich habe diese roten Früchte, diese Tendenz zu roten Früchten. Diese Würzigkeit, die so eben Richtung Zartbitter, die man dazu ordnen kann. Nussige Untermalung hatte ich beim anderen auch, muss ich zugeben. Ist für mich eh so ein Ding, was bei Refill-Abfüllung, wenn es zweitbefüllt, drückbefüllt ist, obwohl auch noch sehr gut aus der europäischen Eiche rauskommt. Oder viel klarer dasteht. So, jetzt mal eben hier. Also, da habe ich jetzt gerade ein bisschen oder ein wenig Angst. Denn, oh Gott, wie viel haben wir denn da reingeschenkt? So. Ich erinnere mich an Glendronach. Glenfarkt ist acht Jahre. So vom Grundcharakter her. Oder neun Jahre. Ach, die haben so viele. Ja, ja, ich glaube, achte. Ich sagte vorhin ja schon mal Apfel. Ja, genau, war er ja auch dann. Das habe ich hier auch. Also wirklich ein schönes Apfelkuchenstück. So kann man es, glaube ich, umschreiben. Die Streusel sind jetzt nicht so intensiv, aber mit dieser süßen Untermalung passt das ganz gut. Und dann geht es in die Citrusnote über. Das ist, wenn man darauf steht, ist das ganz ansprechend. Auf jeden Fall. Dann, finde ich, merkt man aber, dass aus der Eiche schon eine ganz schöne Wucht rauskommt. Und das ist dann eben diese Tendenz, finde ich, wie ich sie von Glendronach auch kenne. Äh, mein Gott, von Glendfarkt es auch kenne, dass man sagt, ah, der 15er, 17er, 18er, die werden irgendwie immer, die Eiche wird immer intensiver und der Rest lässt immer mehr nach. Soweit sind sie hier noch nicht ganz. Aber es hat nicht mehr diesen Ursprungsglendronach-Charakter, den man kennt, wenn man eben schon vor zehn Jahren Whisky getrunken hat. Und deshalb behaupten, behaupte ich mal, dass viele der alten Fans sagen, das wäre für sie kein Glendronach. Ich versuche das, ihr kennt das, ich hoffe, ihr kennt das von mir, ich versuche das immer objektiv zu beurteilen und dann so ein bisschen, was heißt wissenschaftlich, ist falsch gesagt, aber irgendwie nüchtern zu sehen und zu erklären, wo manche eben viel emotionaler rangehen und sagen, wo ist heute alles Rotze oder irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht so ganz meine Art. Also ich finde, dass der handwerklich sehr gut gemacht ist. Was kostet er überhaupt? Ich habe irgendwo meine Karte. Da ist auch der Umschlag drauf. Also man zahlt heute, wirklich jetzt aktuell, ja fast schon Ende Februar 2024, in Deutschland 36,90 Euro. Er war aber vor ein paar Wochen noch, habe ich bei der Preissuchmaschine gesehen, günstiger. Damals kostete er immer hier so 2015 rum, da kann ich mich noch gut dran erinnern, es ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, ich glaube 28,90 oder so habe ich bezahlt. Von der Seite her ist er auch angestiegen, aber er ist jetzt nicht irgendwie unverschämt teuer geworden, auch wenn man es prozentual ist, ist es dann doch schon einiges. Aber es sind ja auch schon wieder ein paar Jahre ins Land gezogen. So. Das nützt irgendwie auch nichts, wenn ich sage, generell gefällt er mir, weil er mich an einen Glenfarkless erinnert, so wie früher Glenfarkless waren und was heute Glenfarkless ist, das ist dann ein Trauerspiel. Hilft auch keinem. Besonders nicht, wenn man irgendwie in alten Videos, alten Berichten, Forumsbeiträgen oder von Whisky-Nerds, die schon etwas länger dabei sind, man immer hört, boah, Glendronner, das sind die, die Sherrybomben schlechthin. Da ist schon der Zwölfjährige eine Wonne oder eine richtige Sherrybombe und das kann ich hier nicht unterstreichen. Er ist Sherry-lastig, ja, aber dass er irgendwie jetzt, ja, total schöne Rosinen-Noten hat, rote Früchte, nein. Ja, so übermäh ich jetzt dann das Holz. Also man merkt einfach dieses Holz, dieses mehrfach wieder befüllte Holz. Vorher ist es eine schöne, nussige Note. Gebe ich gerne zu. Und ich möchte ihn ja auch überhaupt nicht verdammen. Und der Rachel will ich auch überhaupt nichts Böses. So, jetzt nochmal hier Billy's Werk. mir angucken oder einmal schmecken. Ich muss echt zugeben, dass es hier in diesem Glas fast etwas langweiliger rüberkommt, als der aktuelle. Weil ich kriege ihn nicht so einfach. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur zu blöd an. Mal gucken. Kennt ihr das, diese diffuse Sherry-Tiefe? Dieses, ja, so ein bisschen so, äh, das Unerforschte, wo man noch nicht so ganz reinschnuppern kann. Das liebe ich ja so an so alten Sherry-Malls. Ich bin hier bei zwölf Jahren, alles gut. Aber das vermittelt er so, so leicht. Wo ich dann eher hier, was ich vorhin überhaupt nicht genannt habe, so Richtung Ledernote gehe. Ja, dann kommt, wird er aber wieder zu fruchtig. Er hat schon fast diese Tendenz, trocken zu werden. Kurz davor, also was dann der 15er schon irgendwo sehr wahrscheinlich schaffen wird, hat ihn jetzt so lange nicht mehr. Das ist wirklich eine Abfüllung, die Spaß macht auf mehr. Wo man sagt, Mensch, ich will den 15er probieren, ich will den 18er probieren. Und wenn der schon so eine Sherry-Frucht komprimiert da in zwölf Jahren und 43 Volumenprozente bringt, freue ich mich auf viel, viel mehr. Wer das jetzt als Vergleich zwischen kühlgefiltert und nicht kühlgefiltert gesehen hat, den muss ich leider enttäuschen. Die Fässer sind ganz, ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Ich finde es auch sehr, ich müsste mir diese kleinen Notes, die hinten auf der Dose stehen, nochmal echt Wort für Wort übersetzen. Weil ich finde sie, wie gesagt, wirklich schon sehr unterschiedlich von der Charakteristik, von der Sherry-Ausprägung. Wow, super interessant, finde ich, ist ein guter Start. Hoffe ich auf jeden Fall für euch. Ich nehme jetzt mir, wie gesagt, ihn stelle ich zur Seite und dann starte ich mal in 1-2 Stunden durch mit dem 10-Jährigen aus dem Reisebedarf und dem 8-Jährigen, wie die sich denn aktuell zu der Flasche so ausspielen. Und dann kann ich zur Not ihn auch noch ziehen. Ich stelle die beiden mal etwas weiter zurück. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.